Was kann ich tun bei panischer Angst vor dem Tod? Ehrlich gesagt, mir fällt jetzt ehrlich nicht viel ein in dem Sinne, aber das was helfen kann, ist gegebenenfalls. Gegebenenfalls erstens, dass man positiv und gut über Allah denkt. Warum? Weil wenn man Angst hat vor dem Tod, Allah und Elm. Aber ich denke, das hat auch damit zu tun, man hat Angst, was dann passiert. Man hat Angst vor der Strafe, man hat Angst vor der Hölle etc. Und erst mal, dass man weiß, Allah Azul ist barmherzig, Allah ist der Allvergebende. Allah ist mild, Allah liebt die Gläubigen, Allah vergibt den Gläubigen usw. Das gute Denken über Allah. Wenn man solche Probleme hat, sage ich mal, dass es wirklich schon psychische Probleme bringt und Schlaflosigkeit usw. usf. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die man machen sollte, das gute Denken über Allah. Dass man weiß, man kehrt zu dem zurück, der dich erschaffen hat und der dich liebt und der die Gläubigen liebt und der barmherzig ist. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah ist barmherziger zu den Gläubigen als das kleine Baby bei seiner eigenen Mutter. Es gibt viele solche Hadithe, die man kennt. Und es gibt den authentischen Hadith vom Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, der bekannt ist als Hadith al-Bitaqa. Hadith al-Bitaqa, der Hadith der Karte, eine Karte, ein kleines Stück Papier quasi. Der Hadith ist so bekannt bei den Gelehrten, Hadith al-Bitaqa, kennt jeder. Hadith al-Bitaqa, dass ein Mann am Tage der Auferstehung kommen wird, zu Allah subhanahu alaihi wa sallam kommen wird, zur Abrechnung. Und er hat 99 Bücher, 99 Akten, ja, 99 Akten voller Sünden, 99 Akten voller Sünden. Und er hat keine Akten mit guten Taten dabei, ja, aber er war Muslim, er war Muslim, ja. Und er denkt, halas, für mich ist sowieso vorbei. Und dann wird er gefragt, hast du eine gute Tat? Dann wird er sagen, was wird mir eine gute Tat nützen, gegen diese 99 Ordner, ja. Der hat sein Leben lang nur gelogen und gestohlen und Sinner und keine Ahnung, was er gemacht hat, ja. 99 Akten, Ordner. Und Allah weiß alleine, wie groß diese Akten sind, mit Sünden. Aber er hat ein, eine, eine Karte, ein Stück Papier, wo drauf steht, la ilaha illallah. Und er selber, er denkt, halas, er ist finnisch, er ist in Jahennem. Er sagt zu Allah, oh Allah, was soll mir dieses Stück Papier, dieses kleine Stück, ja, Papier, was soll es, was soll es machen, gegen diese 99 Akten. Allah azza wa juhu juhu wird befehlen, dass die, dass die Waage gebracht wird. Und dann werden seine 99 Akten auf eine Waagschale gelegt und sein kleines Stück Papier mit la ilaha illallah auf die Waagschale gelegt. Und la ilaha illallah ist schwer, ja. Und deswegen, barakulaufikum, und natürlich, ich erwähne den Hadith und ich erwähne ihn ungerne, ohne dass ich, ja, darüber weiterspreche. Aber bei einer Person, die zum Beispiel jetzt vielleicht schon wirklich so, in einem, ja, wo jemand schon psychisch leidet und Angst hat vor dem Tod, vor der Strafe vielleicht etc., ist das vielleicht gut zu erwähnen. Aber man muss trotzdem wissen, dass diese Hadith ist nicht einfach so zu nehmen für jeden von uns. Okay, hey, easy. Ich habe auch la ilaha illallah. Ja, ich bin Muslim. Dann lass mal reinhauen. Ja, lass mal jetzt ausrasten mit den Sünden. Weil ich habe ja la ilaha illallah dabei. Ja, das darf man natürlich nicht machen, weil dieser Hadith ist ja auch nicht für jede Person. Es war vielleicht für diese eine Person. Oder diese Person hat wirklich, ja, Allah u'alim. Ja, und natürlich, wenn man auf diesem Weg ist, wo man die ganze Zeit nur Sünden macht, ja, und gar keine guten Taten, außer vielleicht la ilaha illallah und das Gebet verrichtet, dass man Muslim ist, es kann sein, dass man auch das Gebet dann verliert, ja. Und gar kein Muslim mehr ist. Und die ganzen E-Mail verliert. Und deswegen muss man halt aufpassen. Aber, wie gesagt, also gut denken über Allah. Allah ist barmherzig. Allah ist barmherziger als seine Mutter, als alle Geschöpfe zusammen. Und schaut auf diese ganzen Barmherzigkeit, die Allah versammelt hat, ja. Die Allah gesammelt hat, die Allah verteilt hat. Menschen, Tiere, Djinn, ja. Die ganzen Barmherzigkeiten, die Eltern zu ihren Kindern sind, im Normalfall, ja, barmherzig, lieb, küssen, beschenken, schützen, umarmen, alles. Diese ganze Barmherzigkeit. Die Menschen untereinander, die Ehepaare, die Menschen zu ihren Eltern, die Menschen zu ihren Großeltern, die Menschen zueinander, ja, diese ganze Liebe und diese ganze, alles, alles, was menschlich ist, was gut ist, ja, das Spenden, ist ja Menschlichkeit, Barmherzigkeit, aus Barmherzigkeit heraus. Das Spenden, das Lieben, das Beschenken, das Lächeln, alles Gute, alles Gute, alles das, ist Barmherzigkeit von Allah. Und das ist eine einzige Barmherzigkeit von 100 Barmherzigkeiten von Allah, wie es authentisch überliefert wurde. Und 99 Barmherzigkeiten hat Allah, ja, übrig gelassen für den Tag der Auferstehung. Subhanallah, das heißt, du kommst, du gehst zurück zum Alabama, der, Subhanallah, wenn schon so viel Barmherzigkeit unter den Menschen und Tieren und Jinnen hier verteilt wurde, das ist nur 1%. Ja, wie sieht denn 99% davon aus, die bei Allah übrig geblieben sind für den Tag der Auferstehung? Das heißt, wenn du stirbst, wenn wir sterben. Und deswegen, eigentlich gibt es für den Gläubigen keinen Grund, so eine Angst zu haben. Eine andere Sache, die natürlich wichtig ist, dass man vorbereitet, dass man sich vorbereitet auf den Tod. Ja, deswegen, als der Prophet Muhammad gefragt wurde von einem Menschen, Mata sa'a, O Gesandter Allahs, wann ist die Stunde, wann fängt Jurm Al-Qiyama an, der Tag der Auferstehung? Dann hat der Prophet Muhammad was zu ihm gesagt? Hat ihm nicht gesagt, wann die anfängt oder ich weiß es nicht, ja, weil er weiß ja selber nicht, wann die anfängt. Hadith Jibril zum Beispiel, nur Allah kennt das, aber er hat ihm geantwortet, was er sagte, er sagte ihm eine Antwort, es ist unwichtig, wann die ist, ja, das ist nicht das, das Wichtige, das Wichtige ist, Mata a'adatta lah, was hast du vorbereitet, für diesen Tag, ja, für den Tod, was hast du vorbereitet? Weil Muhammad und die guten Menschen, die gottesfürchtigen Menschen, etc., die haben, ja, die Sahaba und so, viele von ihnen, die hatten keine Angst vor dem Tod, warum? Weil sie haben sich vorbereitet, sie haben dort einen Palast gebaut, Palast, Luxus, alles, ja, die haben sich quasi die, die Vergebung Allahs, Azzawjil, quasi garantiert, ja, die Vergebung, die Belohnung, die Barmherzigkeit, den Luxus, ja, das was wir gerne alle, Inshallah, das was wir alle hier möchten, direkt, jetzt sofort haben wollen, ja, und für uns, weil unser Iman, sage ich mal, schwach ist, ja, so bereiten wir uns nicht viel, so machen wir uns diesen Luxus und diese Vergebung und diese Barmherzigkeit, so bereiten wir nicht viel vor für das andere, weil das, ja, so, weil wir keine extreme Gewissheit haben darin, aber die Sahaba und so und ihresgleichen, die Propheten, die haben vorbereitet, ja, die haben schon geackert für dort, die haben gespendet für dort, die haben sich schon vorbereitet und deswegen haben sie keine Angst vor dem, weil sie treffen jetzt auf das, was, worauf sie, worauf sie hingearbeitet haben, ja, auf die, auf ihre Belohnung quasi, ja, und dann machst du Inshallah Dua und denkst gut über Allah, und möge Allah dich davon. Kein 00. Untertitelung des ZDF, 2020